Willkommen, Freunde, zu Challenge Time! Lang ist's her, nicht wahr, Vego? Naja, paar Monate, ne? Ja, alter, Buttlovers steht auf der einen Seite. Also, ne? Ich liebe den Arsch. Und Little Pricks, nice. Wir haben den Trashmaster besorgt. Oh ja, der ist ziemlich selten. Nach langer, langer Suche. Wir hatten auch leider ne kleine Durststrecke, was die Ideen anging. Von daher hat es auch eine Zeitpause gegeben. Ich fange einfach schon mal an und brauche jetzt schon die erste Hilfe. Er hat wieder seinen wunderschönen Insurgent dabei. Heilige Scheiße! Okay, er hat wieder seinen wunderschönen Insurgent dabei. Und... Wow! Das ist mal neu designt, ne? Diesmal nicht Gold, ne? Das ist schwarz und wenn das Licht drauf scheint, ist er rot. Ja, perfekt, Alter. Wow! Vorsichtig, langsam. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ja, ich seh's, ich seh's, ich seh's! Oh Gott, Alter. Okay! Leute, okay. Wir haben es geschafft. Wir sind am Berg. Es ist runter, glaube ich. Besser. Bist du sicher? Ja, doch, doch, doch! Irgendwas ist da gebrochen bei dir. Schieb mich! Lol, ich schaff's alleine, lol! Ja, ich weiß. Wir sind halt auch. Von so schlecht ist halt keiner. Achtung! Ne, 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 ne. Er ist die nächste, ja. Na, er ist die nächste, oder? Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Hä? Na, wir bringen ihn hier eigentlich auch auf. Schau mal mal. Oh, scheiße! Ja, komm, ich fahr hier rauf. Ja, warte, du ihn noch ein bisschen ausrichten, ne? Ja, geht grad nicht. Ich fahr nach unten. Ja, ja, genau. So, jetzt aber. Gib mir einen Boost! Gib mir einen Boost! Mehr! Mehr! Dankeschön. Ja, ist schwer erwarten. Guck mal nach meiner rechte Seite. Da steht einfach mal ein Buttlover, Salda. Wir lieben Ärsche. Oh, ja. Oh, ja. Boah, der wackelt aber nicht ordentlich, ne? Oh mein Gott! Wie immer fährst du gegen diesen Stein. Wuh! Ähm. Was da? Oh nein! Alter! Hä? Oh, rette mich! Dankeschön. Ah, jetzt geht's. Shit! Aber jedes Mal, ne? Fällt mir auf. Naja. Was vorne noch? Ja, Licht ist eh noch vorne. So. Alter, ich schaff's alleine hier rauf. Guck mal, Alter. Ohne Problems. Denkt euch einfach mal den Insurgent weg. Wir schaffen das schon. Im Steigung überwinden, finde ich, ist ja für das, wie langsam der ist eigentlich ziemlich gut. Jetzt stellt euch mal vor, man könnte ihn wirklich beladen in nem Scheiß-Game. Mann! Warte, ich probier mal. Ich probier mal. Okay, vergiss es. Gib Gummi. Danke. Ein bisschen mehr. Okay, alter Scheiße. Warte. Ah, nee. Warte, da gibt's ja einen voll dünnen Weg jetzt, ne? Ja, da müssen wir dann rechts runter, aber da kommt ja erst. So, das schaffen wir natürlich ohne Probleme. Ich denke mal, dass der Wagen vor allem mit Hilfe keine großen Probleme mehr hat. Oh mein Gott! Du hast mich beinahe zu weit links geschoben. Okay, jetzt wird's ein bisschen dünner der Weg. Ja, jetzt darf ich den Stein rauf fahren, weil sonst kippt da. Danke, ich wäre sowieso gekippt gerade. So. Jetzt kommt dann gleich bisagte Stelle. Ja, gut, die dauert noch ein bisschen, oder? Das ist doch... Ne, 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 die ist jetzt da gleich vorne. Jetzt siehst du schon den Busch. Da ist der Stein. Der Busch. Da muss ich rechts runter, aber da muss ich den nach rechts in Deckung bringen. Rechts runter? Ja, rechts runter. Ich schaff das. Nein, mach's nicht. Du fällst. Rechts hinunter fahren. Ich komm nicht mal runter, alter. Ich komm nicht mal runter! Hä? Jetzt. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Heilige! Bremse, Bremse, Bremse! Ich mach doch! Handbremse! Ja. So viel bremsen wie du kannst. Lenken. Ja, 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 ja! Ja, Mann! Es wird was! Nice! Hier noch aufpassen, hier kannst du kippen. Ich seh's. Rechts daneben, okay. Ja, aber es ist kippt. Oh mein Gott! Ich kippe so oder so! Fuck! Alter! Schieben! 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 Das ist Schiebung! Nein, kleiner Spaß! Schiebung, genau! Nein, jetzt kommt eine enge Stelle! So werde ich was! Bitte nicht umfallen! Ich hätte beinahe zu weit... Oh nein! Danke! Danke! Oh mein Gott! Junge! Danke! Jetzt kommt's oder? Jetzt muss ich vorsichtig sein! Hier, dieser Weg dann da! Ah, da geht's jetzt noch, Robert. Man sieht's hier schon. Mhm. Aber den machen wir ganz langsam einfach. Was? Den mache ich alle! Ich zeig dir das! Und pass auf, am Ende des Weg, des... springst du ein bisschen. Deswegen ganz langsam, langsamer. Ist zu schnell! Ich schaff das! Ich schaff das! Ich schaff das! Jetzt muss ich langsam werden! In der Ruhe fällt fliegt ein Luft, und wir kriegen keinen neuen! Oh mein Gott! Zurück! Geht schon! Nein, 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 nicht zurück! Jawoll! Wir haben's geschafft, Leute! Die schweren Teile sind erledigt, und wir sind oben! So gut wie, sag ich mal! Einmal ein Ruck! Jetzt fasst er gleich rechts rauf! Wenn er schafft, wenn er sch... Er schafft sogar, Alter! Nice! Bremse! Bremse! Brauch ich nicht! Der Baum hat mich gehalten! Okay! Ich fahr da jetzt noch rauf! Ich schaff das! Ja, die Plattform berühren, und dann haben wir's schon, ne? Yeah! Wir haben's geschafft, Leute! Challenge time is over! Bam! Und runter damit! Vom Berg! Welche Seite? Ähm, wir hauen ihn hier bei der Brücke runter, gleich hinter dir! Oh mein Gott! Boah, das war knapp! Ich werd ja nach hinten gefahren! Okay, ich bleib stehen! Du hast das Spiel verlassen! Naja, du bei mir auch! Aber lass die Aufnahme laufen! Halte Falle! Ja, ja, ich fahr runter! Und dann fahr runter! Wuuuuh! Au! Shit happens! Okay! Oh! Oh! Explodiert! Was passiert hin und wieder auch einmal! Was passiert hin und wieder auch einmal? Ja, komm! Dann machen wir noch halt Challenge time! Ich spring runter! Und! Los geht's! Doom! Aaaaah! Aaaaah! Uuuuh! Tot! Leute, das war die Challenge time, meine lieben Freunde! Mit einem Fail, aber alles gut! Wir haben es geschafft nach oben, nach unten war nicht so möglich! Zumindest nur das Frag! Zumindest nur das Frag! Ja, auf jeden Fall! Wenn ihr weitere Ideen habt, schreibt es uns unten in die Kommentare! Dann zeigen wir euch auch noch die anderen Fahrzeuge oder vielleicht auch Chats, je nachdem! Wie wir die auf diesen Mount Gilead hochfahren! Wir sehen uns dann in einem neuen, nice Video! Daumen hoch wäre geil! Bis zum nächsten Mal, euer Liscardio! Tschüss! Ciao!